Den Asynchronmotor kann man ganz gut kennenlernen, wenn man sich die Daten auf seinem Leistungsschild ansieht. Diese Werte werde ich anhand einer Aufgabe vorstellen und nebenbei erzählen, wieso sie für den Betrieb wichtig sind. Willkommen bei eTeX mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Elektrotechnik, genauer um elektrische Maschinen und noch genauer darum, was die Kennwerte auf dem Leistungsschild einer Asynchronmaschine, kurz ASM, bedeuten. Das mache ich anhand einer Aufgabe, die folgendermaßen aussieht. Von einer ASM mit dem abgebildeten Leistungsschild sollen bestimmte Kennwerte berechnet werden. Die gesuchten Werte sind aufgelistet und für die von euch, die erst einmal selber rechnen möchten, sind rechts die Ergebnisse eingeblendet. Bitte das Video hier anhalten, denn ich gehe als nächstes auf die Lösung von Aufgabenteil A ein. Gesucht ist die synchrone Drehzahl. Damit ist die Drehzahl des äußeren Magnetfeldes gemeint, das vom Stator erzeugt wird und dem der Läufer folgt. Der Stator erzeugt das sich scheinbar drehende Magnetfeld mit drei Wechselströmen, die zeitlich aufeinander folgen. Die Frequenz des Drehstroms ist bei uns in Europa 50 Hertz und weltweit in allen blau gefärbten Ländern. 50 Hertz bedeutet eine Periodendauer von 25 Millisekunden. Sind im Stator drei Spulen angebracht, durch die der Strom nacheinander sinusförmig schwankt, dann erzeugt jede Spule nacheinander einen Nord- und einen Südpol. Man spricht kurz von einem Polpaar. Ich stelle das Polpaar hier mal als Kompassnadel dar. Verfolgen wir den Nordpol. Er startet bei 0 Millisekunden an der oberen Spule. 6,7 Millisekunden später ist er bei der nächsten Spule. Er braucht für jeden Weg zur nächsten Spule diese Drittelperiode von 6,7 Millisekunden. Nach 20 Millisekunden hat er wieder die erste Spule erreicht und damit gleichzeitig eine Umdrehung vollführt. Das Magnetfeld dreht sich daher auch mit 50 Hertz oder umgerechnet mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Werden in dem Stator sechs statt drei Spulen angebracht, hat sich die Periodendauer des Drehstroms ja nicht geändert. Es sind immer noch 20 Millisekunden. Daher braucht der Nordpol zur jeweils nächsten Spule immer noch 6,7 Millisekunden. Nur, dass die nächste Spule schon bei 60 Grad liegt. Und auch die dritte Spule liegt jetzt bei der Hälfte des Weges. Denn die Spulen sind doppelt so eng gepackt wie vorher. Nach 20 Millisekunden hat der Nordpol zwar auch wieder drei Spulen passiert, hat aber nur den halben Umlauf geschafft. Erst nach insgesamt 40 Millisekunden hat der Nordpol wieder den Startpunkt erreicht. Wie gesagt, die Drehzahl des Polpaares nennt man Synchron-Drehzahl. Wenn man also die Anzahl der Spulen-Sets verdoppelt, halbiert man die Synchron-Drehzahl. Mit sechs statt drei Spulen sinkt die Synchron-Drehzahl von 3000 auf 1500 Umdrehungen pro Minute. Gut, dafür kreisen im Stator auch zwei Polpaare. Man kann sich ausrechnen, dass, wenn man weitere drei Spulen zuschaltet, die Drehzahl 1000 Umdrehungen pro Minute sein wird, aber bestimmt nicht so ein Komma-Zwischenwert, wie er auf dem Leistungsschild steht. Das ist nämlich nicht die Drehzahl der Polpaare, sondern die Drehzahl des Läufers. Denn der Läufer treibt die Welle an und nur diese Wellen-Drehzahl ist für den Anwender wichtig. Die Wellen- bzw. Nenndrehzahl ist immer ein paar Prozent kleiner als die Synchron-Drehzahl. Umgekehrt muss also die Synchron-Drehzahl etwas größer als die Nenndrehzahl sein. Und sie muss auch eine Rundezahl ergeben. 50 Hz sind ja glatte 3000 Umdrehungen pro Minute. Die Hälfte davon sind glatte 1500 oder ein Drittel eben 1000. Die 1500 Umdrehungen pro Minute erfüllt diese Bedingungen, daher ist die Antwort auf die Frage A, die Synchron-Drehzahl ist gleich 1500 Umdrehungen pro Minute. Als nächstes ist der Schlupf gesucht. Diese Differenz zwischen Synchron- und Läufer-Drehzahl kann man entweder absolut angeben, also um wieviel Umdrehungen pro Minute sich die beiden unterscheiden, man kann sie aber auch relativ angeben, bedeutet in Prozent, bezogen auf die Synchron-Drehzahl. Da wir die Synchron-Drehzahl gerade logisch ermittelt haben und die Nenndrehzahl auf dem Leistungsschild steht, ist die Lösung einfach. Der Schlupf zwischen Drehfeld und Läufer beträgt absolut gesehen 60 Umdrehungen pro Minute, relativ gesehen 4 Prozent. Um das Nennmoment, also das Drehmoment des Motors bei Nennbetrieb zu berechnen, kommt man mit einer einfachen Gleichung aus der Mechanik weiter. Hier geht es schließlich um den Zusammenhang zweier mechanischer Größen, Nutzleistung und Drehmoment. Mit der Rotationsgeschwindigkeit Omega wächst auch die mechanische Nutzleistung. Umformen nach dem gesuchten Drehmoment stellt einen vor die Frage nach dem Omega. Omega heißt korrekter Winkelgeschwindigkeit. Sie beschreibt, wie groß der Winkel ist, der pro Sekunde durchlaufen wird. Aber Vorsicht, hier sind die Winkel in Radiant einzusetzen. 1 durch t ist die Frequenz, die Drehzahl pro Sekunde. Da die Welle in der Sekunde 60 mal weniger Umdrehungen durchführt als in der Minute, kann man f nicht einfach so durch die Drehzahl N ersetzen. Hier die Umrechnung. Damit ist Omega gleich 2 Pi N durch 60 Sekunden pro Minute. Die Drehzahl kann jetzt getrost in der üblichen Einheit 1 durch Minute eingesetzt werden, sodass nach dem Kürzen wieder die Einheit 1 durch Sekunde übrig bleibt. Damit sieht die Gleichung für MN so aus. Auf dem Leistungsschild findet man sowohl die Nenndrehzahl als auch die mechanische Nutzleistung der Welle von 3,3 kW. Das Nenndrehmoment beträgt damit 21,88 Nm. Unter Punkt D ist gesucht die Scheinleistung im Nennbetrieb. Das ist die elektrische Gesamtleistung, die der Motor aus dem Leitungsnetz zieht, um zu arbeiten. Die Formel für S ist nicht U mal I, weil der Motor mit Drehstrom betrieben wird. Hier muss man den Verkettungsfaktor Wurzel 3 berücksichtigen. Aber welche Schaltung wird im Nennbetrieb genutzt? Stern oder Dreieck? Man kann den Motor nämlich in Sternschaltung einschalten, hochfahren und sobald er die Nenndrehzahl erreicht hat, ihn im Dreieck umschalten. Auf diese Weise fährt man den Motor schonend hoch und erhöht anschließend seine Leistung um das Dreifache. Leider kann man den letzten Schritt bei diesem Motor hier nicht machen, denn unser Netz stellt für Drehstromverbraucher immer 400 Volt zur Verfügung. Jeder Strang dieses Motors verträgt aber nur 230 Volt. Man darf den Motor nur dann an das 400 Volt Netz anschließen, wenn er im Stern geschaltet ist, denn nur dann fallen am Strang 230 Volt ab. Würde man den Motor im Dreieck an die 400 Volt legen, wäre auch die Strangspannung jetzt 400 Volt. Der Nennbetrieb kann sich bei diesem Motor nur auf die Sternschaltung beziehen. Um die Scheinleistung zu berechnen, braucht man noch den Strom in den Außenleitern. Wie groß ist der? Das steht auf dem Leistungsschild weiter rechts. In Sternschaltung fließen 6,6 Ampere. Daraus ergibt sich eine Scheinleistung von etwa 4,5 Kilowolt Ampere. An der Einheit Va, also Volt Ampere, erkennt man, dass sich der Wert auf eine Scheinleistung bezieht und nicht auf eine Wirk- oder eine Blindleistung. Aufgabe E. Gesucht ist die Wirkleistung P, die Nutzleistung PNutz und der Wirkungsgrad Eta. Die drei Größen sind nicht zufällig in einer einzigen Aufgabe zusammengefasst. Was die Welle für den Anwender netto leistet, ist das, was auf dem Leistungsschild steht. 3,3 Kilowatt. Das ist die Leistung, die man nutzen kann. Die Nutzleistung PNutz. Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung der Leistung von der Steckdose bis zur Welle. PNutz ist das Endprodukt. Die um die mechanischen Verluste bereinigte Wirkleistung. Ein Teil geht nämlich in der Maschine zur Überwindung von Reibung verloren. Wie viel von der Wirkleistung an der Welle übrig bleibt, wird durch den Wirkungsgrad Eta bestimmt. Die 100 Prozent dazu sind die Wirkleistung P. Das ist der Kosinusanteil der Scheinleistung S. Die Scheinleistung hatten wir gerade berechnet. Sie liefert mit dem Leistungsfaktor Kosinus Phi eine Wirkleistung P von etwa 3,9 Kilowatt. Bitte Watt statt Voltampere, um P gegen die Scheinleistung S abzugrenzen. Die Nutzleistung PNutz ist nur ein Teil dieser elektrischen Wirkleistung P. Aus dem Verhältnis der beiden Leistungen ergibt sich schließlich der Wirkungsgrad. PNutz geteilt durch P ergibt ein Eta von etwa 85 Prozent. Aufgabe F. Jetzt ist die Scheinleistung für den Fall gesucht, dass der Motor verbotenerweise im Dreieck gefahren wird. Die Steckdose, an der der Motor hängt, liefert eine Leiterspannung von 400 Volt. Laut Leistungsschild muss dann der Motor unbedingt im Stern geschaltet sein. Der Grund ist einfach, dieser Motor ist nicht für 400 Volt ausgelegt. Seine Stränge halten maximal 230 Volt aus. Fährt man den Motor im Dreieck, dann muss die Außenleiterspannung auf 230 Volt gesenkt werden. Hier wird sie aber nicht gesenkt, was die Stränge überlasten würde. Denn durch den Wechsel zur Dreieckschaltung fließt ein um Wurzel 3 größerer Strom. Das wären schon mal 11,5 Amp, steht ja auch auf dem Leistungsschild. Aber die gelten eben nur für 230 Volt. Die beibehaltenen 400 Volt erzwingen einen noch höheren Strom. 400 Volt ist das Wurzel-3-Fache der vorgesehenen 230, also fließt dadurch noch mal ein um Wurzel 3 höherer Strom. Angenommen, der Motor würde das aushalten. Die Scheinleistung, die er dann aus dem Netz ziehen würde, berechnet sich nach wie vor aus dieser Gleichung. Die Leiterspannung U bleibt 400 Volt und der Strangstrom wächst zweimal um Wurzel 3, weil die Dreieckschaltung prinzipiell einen höheren Strom ermöglicht und weil die Strangspannung um Wurzel 3 höher ist, als für das Dreieck vorgesehen. Macht einen Anstieg um den Faktor 3. Die Scheinleistung läge damit bei 13,7 kV Amp, dreimal höher als in Sternschaltung. Letzter Punkt. Wie groß ist die Blindleistung? Eigentlich wäre es sehr einfach, die Blindleistung aus dem Dreieck heraus als Sinuskomponente von S auszurechnen. Blöd nur, dass wir den Phasenwinkel Phi nicht kennen. Noch nicht. Man kann ihn aber aus dem Leistungsfaktor herausrechnen. Mit dem Taschenrechner benutzt man dafür die Shift-Taste. Die 31,79 Grad setzt man in den Sinus ein, multipliziert mit der Scheinleistung und erhält dann die Blindleistung von etwa 2,4 kV. Die Einheit VAR steht für Volt Ampere Reaktiv. Eine möglichst hohe Wirkleistung wünsche ich Dir beim Weiterlernen. Und ein kleines Drehmoment, mit dem Du mir einen Daumen nach oben drehst. Vielen Dank!